Lebe ich in der Welt oder lebe die Welt in mir, lebe die Welt in mir und ich in der Welt. Die Welt lebt in dem, was ich bin und das Ich lebt scheinbar in der Welt. Und scheinbar lebt die Welt in dem, was ich ist und ich lebt scheinbar in dem, was die Welt zu sein scheint. Also persönlich, wenn man sagt, der Körper ist das Ich. Ich als der Körper und die Geschichte von dem, der sich als der Besitzer von dem Leben auszugeben scheint, der lebt scheinbar in der Welt, bis er es nicht mehr tut. Und jetzt von der Vorstellung ausgegangen, dass die Welt eine Vorstellung ist, ganz individuelle Vorstellung von mir, so lebt sie in meiner Wahrnehmung. Also in der Wahrnehmung, die diesen Körper hier wahrnimmt, taucht auch der Horizont auf, das Gierschfeld hinter mir, der Himmi über mir, die ganzen Sterne, alles, was da drinnen sein kann, taucht in dieser unerkennbaren, nicht wahrnehmbaren Wahrnehmung auf. Oder die Wahrnehmung ist schon was Wahrgenommenes. Und der Wahrnehmende, der sie für sich beansprucht, auch. Und das, was nicht wahrgenommen werden kann, was die Wahrnehmung ist, wird auch nie in der Wahrnehmung in Erscheinung treten. So, musste mal wieder nichts geklärt werden. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.